Zu Besuch in einer der wichtigsten Kunsthandlungen von Paris. Philipp von Württemberg schaut sich die wertvollen Möbel genau an. Es sind Stücke aus dem 18. Jahrhundert. Von Württemberg ist Experte für antike Möbel und im Vorstand von Susebys Europa. Für das Auktionshaus ist er ständig auf der Suche nach interessanten Kunstgegenständen oder Sammlungen. Vier Jahre wohnte der Deutsche in Paris und baute hier das Geschäft für Susebys mit auf. Jetzt lebt er wieder in Deutschland, aber mindestens einmal pro Woche ist er in der französischen Hauptstadt. Hier im Auktionshaus steht eine wichtige Versteigerung an. Die Sammlung des industriellen Léon Lévy. Fünf Tage können sich Interessierte die Kunstgegenstände anschauen. Jedes Mal, wenn man für so ein Objekt steht, man würde es am liebsten selber kaufen. Und das ist ja die Leidenschaft von einem selber, die man als Auktionator oder Experte einem Kunden weitergeben möchte, weitervermitteln will. Eigentlich sind wir alle Sammler in unserem Herzen. Nur leisten könnten wir es vielleicht, das nicht alle. Hier reden wir von einem Schätzfeld von 600.000 bis 800.000 Euro. Die Sammlung umfasst spektakuläre Stücke aus dem 18. Jahrhundert und war bisher nicht in der Öffentlichkeit zu sehen. Von Württemberg wird sie versteigern. Vorher lässt er sich aber von einem Experten jedes Detail erläutern. Zu den Auktionen kommen Bieter aus der ganzen Welt. Es ist einfach eine neue Käuferschicht, die so global wurde um den ganzen Globus, die überall herkommt für eine Auktion, die wir heute in Paris machen, in London machen, in New York machen und theoretisch auch auf dem Mond machen könnten. Auf dem Mond gibt es noch keine Auktion, aber der Standort Paris wurde von Susebys bewusst gewählt. Hier gibt es wohlhabende Kunden und viel Kunst im Markt. Der Deutsche betreut die wichtigen Kunden persönlich, berät sie, so wie Patrick Morbusson. Der Juwelier hat schon öfter bei Susebys mitgesteigert und auch eigene Kunstgegenstände versteigern lassen. Akquise und Marketing sind ein wichtiger Teil der Arbeit von Württembergs. In Deutschland kann man ein Treffen mit einem Kunden auch mal im Büro oder bei ihm zu Hause für einen Kaffee und ein Glas Wasser machen. Das ist in Deutschland etwas härter. Der Franzose liebt eben das Drumherum, das Betreutwerden, einfach das schöne Leben. Und das ist halt sehr französisch, ja. Die Umsätze in Paris steigen. 85 Millionen Euro waren es im ersten Halbjahr. Von Württemberg war der erste Auktionator aus dem Ausland, der in Frankreich versteigern durfte. Gespräch über die Versteigerung der Sammlung Leon Lévy mit seinem französischen Kollegen. Der Erfolg ist ungewiss. Möbel und Kunst aus dem 18. Jahrhundert sind derzeit nicht die Renner. Viel hängt vom Auktionator ab. Nur Übung macht den Meister. Und die ersten Auktionen war ich bestimmt miserabel, ganz sicher. Aber einmal hatte ich eine Auktion, die ging über fünf Tage. Und da habe ich so viel Erfahrung gesammelt. Und dann plötzlich macht das auch Klick. Man merkt es, wie das Klick macht. Und dann hat es Spaß gemacht. Und dann hat man das, glaube ich, auch drin. Der Abend der Versteigerung. Der Saal ist voll. An den Telefon Sassebys Mitarbeiter. Sie nehmen die Gebote von Bietern an, die meist anonym bleiben wollen. Der Auktionator spürt, die Stimmung ist gut. Überraschend schnell gehen die Preise in die Höhe. Durchschnittlich 20 Prozent Aufschlag auf die Kaufsumme muss der Bieter zahlen. Das ist dann der Verdienst des Auktionshauses. 950.000 Euro das Gebot für drei Vasen. Und es geht noch höher. Viele private Bieter sind dabei. Der Auktionator fühlt sich bestätigt. Weil es beweist, in dieser ganzen Krise, Finanzkrise, man will Qualität haben. Und man zahlt auch Qualität. Wir haben von einem unteren Schätzwert von 6 Millionen, haben wir mit Aufschlag, das geben wir auch immer an, 12 Millionen ungefähr umgesetzt. Und Unverkaufsrate, ich glaube, es waren drei lose Unverkauft oder vier maximal von 70. Also ideal. Besser kann es nicht sein. Ich bin so glücklich. In rund zwei Stunden über 12 Millionen Euro umgesetzt. Ein überragendes Ergebnis. Zeit für Champagner hat von Württemberg aber nicht. Das Taxi wartet schon seit einer halben Stunde. Der nächste Termin steht an. In ein paar Tagen aber wird er wieder in Paris sein. Susebys plant hier schon die nächste Auktion. Es wird wieder um Möbel gehen. Das war's, es wird wieder h Investitionen CO2給iert. Okay. hood. Untertitelung des ZDF, 2020